Wenn Sie sich in diesem Jahr bereits über die Unpünktlichkeit der Bahn geärgert haben, dann werden Sie 2024 vermutlich auch wieder Grund zum Schimpfen haben. Aus einer Anfrage der Grünen an die Deutsche Bahn geht jetzt hervor, jeder dritte Fahrgast erlebte in diesem Jahr Verspätungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Von ihrem selbst gesteckten Ziel einer Zugpünktlichkeit von mehr als 70 Prozent ist die Bahn also weit entfernt. Der Grund für die Unzuverlässigkeit, das marode und teils überlastete Schienennetz. Zwar hat die Bundesregierung weitere Milliarden zugesichert, doch die Herausforderungen und auch Baustellen werden wohl 2024 bleiben.